Bei mir war es so, dass ich im internen Reisebüro angefangen habe, war acht Jahre dort tätig und bin dann in den technischen Einkauf gekommen und bin dort seit zwei Jahren. Dort gefällt es mir sehr gut. Wie ich beim XXXLOS angefangen habe zu arbeiten, war ich gerade mitten in meinem Bachelorstudium, das ich berufsbegleitend gemacht habe und da hat mir der Arbeitgeber sehr viel Zeit lassen und geben. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind grundsätzlich extrem vielfältig. Man muss ein kommunikativer Mensch sein, man muss sich gerne um andere Menschen kümmern wollen. Ich bin seit einem Jahr wieder im Unternehmen. Ich habe damals angefangen als Solution-Architekt, um mir Gedanken über Architektur, über unsere Softwarelösungen zu überlegen. Ich bin dann relativ schnell Technology Lead, eine neue Rolle geworden bei uns und kümmere mich jetzt um IT-strategische Themen. Der Karriereinstieg beim XXXLOS, vor allem bei mir jetzt im technischen Einkauf, ist sehr einfach. Wir nehmen wirklich von Lehrlingen bis hin zu Quereinsteiger sehr gerne neue Mitarbeiter auf. Also die Ausbildung zum Trainer ist in zwei Schritten gelaufen. Der erste Schritt war Firmenintern. Das kostet aber grundsätzlich sowieso nichts. Alle internen Trainings übernimmt die Firma. Und der zweite Schritt war dann in meinem Fall die Ausbildung zum staatlich zertifizierten Trainer. Das hat auch die Firma übernommen. Wir in XXXL Digital haben sich jedes Jahr verdoppelt, seit es uns gibt, mit der Ausnahme von heuer. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in innovative Themen wie E-Commerce und so weiter investieren und wir in Zukunft genauso wichtig sein und genauso weiterlaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.